Ready with me, um Ian Sommerholde, also Damon Salvatore, zu treffen. Um genau zu sein, trefft heute nicht nur Damon Salvatore, sondern einen kompletten Cast von The Vampire Diaries. Ich bin einfach so aufgeregt, denn The Vampire Diaries ist seit sieben Jahren meine absolute Lieblingsserie. Und Damon ist einfach mein kompletter Celebrity-Crush. Und wisst ihr, was das Allerbeste ist? Ich werde ihn nicht nur einfach sehen, nein, ich werde eine halbe Stunde mit ihm reden. Das Schlimme ist, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich mit ihm reden soll, das Einzige, was ich wirklich wissen möchte. Ich werde ihn fragen, ob er mich in einen Vampir verwandeln kann. Ich sage es euch, ich würde alles dafür geben, ein Vampir zu sein. Ihr müsst mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ich hier noch alles andere fragen soll, denn ich habe sonst wirklich gar keine Frage an ihn. Wenn nicht jemand von euch ein Autogramm von ihm mitbringen soll oder von irgendeinem anderen Darsteller, dann schreibt mir unbedingt eine Nachricht. Das ist jetzt mein fertiges Make-up, jetzt fehlt nur noch Haare und Outfit. Und das ist mein heutiges Outfit, ich trage heute einen Rock, ein wildes Oberteil und so eine knallige Tasche. Und wenn ihr wissen wollt, wie die kompletten Schauspieler von The Vampire Diaries sind und wie das Meet & Greet mit Damon Salvatore ist, dann guckt unbedingt meine Story, da nehme ich euch heute den ganzen Tag mit.